Es war schön, dass wir nicht miteinander geschlafen haben. Ich hatte vergessen, was es bedeutet, jemanden zu lieben. Meine Bestimmung war es, immer der Sensible zu sein. Meine Bestimmung war es, Schriftsteller zu werden. Meine Bestimmung war es, Jeb Gambardella zu sein. Alles Gute, Jeb! Alles Gute, Roma! Das ist mein Leben. Unbedeutend. Vor 40 Jahren habe ich einen Roman geschrieben, den man in keiner Buchhandlung mehr findet. Was redest du für einen Scheiß? Apparatus Romanus war ein absolutes Meisterwerk. Weißt du, dass ich Fotos mache? Von mir selbst. Willst du sie sehen? Ja, klar. Die wichtigste Erkenntnis wenige Tage nach meinem 65. Geburtstag ist die, dass ich keine Zeit mehr mit Dingen verlieren möchte, auf die ich keine Lust habe. Du hast dich verändert. Du bist sehr nachdenklich geworden. Wie schmeckt dir die Minestrone, Jeppino? Wieso sagst du Jeppino zu mir? So hat mich seit Jahrhunderten keiner mehr genannt. Ich fühle mich alt. Jung bist du nicht. Ich überlege, ob ich wieder etwas schreiben soll. Das sind doch tolle Neuigkeiten, Jepp. Ich will raus, amore mio. Untertitelung. BR 2018